Das israelische Militär rückt bei den nächtlichen Vorstößen mit laut eigenen Angaben nie dagewesener Feuerkraft im Gazastreifen ein. Die neue Taktik der Streitkräfte lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Tödliche Feuerwalze. Der militärische Ausdruck dafür lautet, Kampf der verbundenen Waffen. Laut NATO-Doktrin bezeichnet das die Symbiose aus extrem gefechtsstarken Panzern und Panzergrenadieren, also Infanterieeinheiten. Im besten Fall unterstützt durch Kampfhubschrauber, Kampfjets und Drohnen zur Aufklärung und zum Angriff. Genau so geht die israelische Armee derzeit bei ihren nächtlichen Blitzangriffen in den Gazastreifen vor. Es ist ein todbringender Sturm, der mit massiver Feuerkraft über die Hamas-Terroristen herzieht, die in ihren Tunneln und anderen Verstecken auf die Angreifer lauern. Je besser der gleichzeitige Einsatz der einzelnen Waffensysteme aufeinander abgestimmt ist, desto effektiver, zerstörerischer und tödlicher ist der Angriff. Die israelische Armee zitierte einen an den Einfällen in den Gazastreifen beteiligten Oberst, der erklärte, dass Israel bei seinen Offensiven bisher nie gesehene Feuerkraft einsetze. Und Brigadegeneral Gilad Kainen von der Luftwaffe sagte, rund 100 Kampfflugzeuge hätten in der Nacht hunderte von Geschossen abgeworfen und hunderte von Hamas-Zielen getroffen. Plan der israelischen Armee ist, so viele Tunnel, Waffenlager, Raketen, Abschussbasen und Kommandostrukturen der Hamas zu zerstören wie möglich und dann mit der geballten Macht von mehr als 300.000 Soldaten die Terrororganisation zu zermalmen. Wiederum im Kampf der verbundenen Waffen mit nie dagewesener Feuerkraft. Die Unterstützung der USA ist Israel in jedem Fall gewiss. Es kommt nicht von ungefähr, dass US-Präsident Joe Biden gerade gesagt hat, dass Amerika die Sicherheitsbedürfnisse Israels weiterhin unterstütze und dass dies auch so bleiben werde. Ausgelöst wurde der Krieg, wie berichtet, durch ein Massaker, bei dem rund 1.000 Terroristen der Hamas mehr als 1.400 Israelis bestialisch ermordeten, weitere Tausende verletzt und mehr als 220 als Geiseln in den Gazastreifen entführt haben. Für die Angehörigen sind die jetzigen israelischen Angriffe eine Zeit der Angst um ihre Lieben. Sie bitten die Regierung, die große Bodenoffensive noch aufzuschieben, sie würde das Leben der Geiseln gefährden. Es gibt aber auch Militärs, die der Ansicht sind, jeder Vorstoß würde die Verhandlungsposition der Israelis verbessern. Eine nicht bindende Resolution der UNO-Vollversammlung, die zu einer Waffenruhe aufruft, lehnt Israel empört ab. Eine Feuerpause würde der Hamas nur Luft schaffen, sich neu zu bewaffnen. Aus genau diesem Grund hat auch Österreich gegen diese Resolution gestimmt. Das heißt, es preffert die Angehörigen der Terroristen der Nazi-Nazie, anstatt die Angehörigen der Staten der Israel-Nazie, die Angehörigen zu bewaffnen. Die Angehörigen der Staten der Israel-Nazie, die Angehörigen zu bewaffnen.